Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, Sie sehen, ich starte mit der Maske und das ist auch ein Zeichen für die nächsten Monate, vermutlich für das ganze nächste Jahr. Diese Maske wird uns weiter begleiten und nicht nur diese Maske, sondern wir werden in eine neue Phase eintreten in unserem Land. Das ist jetzt schon absehbar. Wir werden aller Voraussicht nach eine Impfpflicht bekommen und ich sage Ihnen ganz deutlich, dass ich ein Vertreter derer bin, die diese Impfpflicht schon seit langem gefordert haben und es auch für zwingend notwendig halten. Es ist wie immer im Leben. Man kann mit einer Botschaft Menschen erreichen, die hinreichend Vernunft mitbringen und erkennen, ja, es ist für die Gemeinschaft notwendig. Ich muss mich in meinem Verhalten einschränken, aber es ist eben auch so, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich daran nicht halten. Wir hätten ansonsten keine Schilder, die eine Geschwindigkeit vorgeben. Wir hätten keine Justiz, wir hätten keine Gefängnisse. Das klingt hart, aber genau so ist es. Der Mensch passt sich eben nur dann bestimmten Regeln an, wenn auch ein hinreichender Druck da ist. Jetzt kommt die Impfpflicht und ich hoffe, dass wir dann tatsächlich auch alle diejenigen erfassen, die bisher immer noch glaubten, sie könnten sich um den Schutz herumdrücken und damit meine ich nicht nur ihren eigenen Schutz, sondern vor allem den Schutz der eigenen Familie, den Schutz der Kollegen, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, mit denen man zu tun hat. Jetzt gibt es die neue Phase und das wird bedeuten, dass wir sicherlich ein Freiheitsrecht einbüßen werden, nämlich selbst bestimmen zu können, ob wir geimpft werden oder nicht. Aber ich sage es ganz deutlich, diese Krise verlangt es einfach, dass jetzt alle Menschen so ausgestattet sind und das heißt eben so geimpft sind, dass sie für andere nicht mehr infektiös sind. Wir haben bitter erfahren müssen, dass alles andere nichts genutzt hat und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten neben dem Impfen auch noch viele harte Regelungen erfahren. Es wird vermutlich so sein, dass auch der Karneval und andere Veranstaltungen, an die wir uns gewöhnt haben, in der Form nicht stattfinden können. Und meine Bitte ist, dass sie das nachvollziehen können, dass sie letztlich auch sagen können, ja wir sind froh, dass in diesem Land so vorgegangen wird und wenn wir das jetzt durchziehen, wenn wir die nächsten Wochen und Monate genauso konsequent sein werden, dann und nur dann haben wir tatsächlich die Hoffnung, dass wir zum nächsten Jahreswechsel anders dastehen werden. In diesem Sinne bitte ich Sie, Verständnis zu zeigen, mitzuwirken, sich schnellstmöglich impfen zu lassen und zwar sogar bevor es eine Impfpflicht gibt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und selbstverständlich gilt das auch für Ihre Familien. Ich danke Ihnen.